Die Kamera läuft. Kommt ja zurück. Schau mal an. Wir haben jetzt Spaß. Gut, Kamera läuft. Komm los. Hey Frank. Was haben wir hier? Molly Penrose, 20 Jahre. Prostituierte. Sie ist ganz neu in diesem Geschäft. Freund oder Frau Wanzig? Die kleine Frank. Sie war allein, wie alle Mädchen in diesem Gewerbe. Sie wurde erwürgt. Bla 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 bla. Du hast mir das Geld nicht gegeben. Uuund, Thomas. Geh mal einfach weg. So, keine Ahnung. Hier kannst du das tun. Wie hat es jetzt so gemacht? Ja, ich guck da klar. Hallo, läuft. Lukas, du bist ein Bild. Okay. Juhu. Okay, ich glaub die Kamera läuft. Einmal dann Schluss. Du willst ja nur, dass ich mich ausziehe. Kannst du mal vergessen. Das geht nur, wenn du keine Hightech-Kamera immer hast. Den ist noch viel geiler. Kamera, Junge! Das ist auch nicht... der wuchs ist etwas ab, das ist möglich. Das ist ja so großartig. Du bist ein Bild. Sie haben die Hightech-Kamera. Das ist noch mal, Tajüentl.